Tor Komplem Ja Okay, we're gonna get closer to the Twin Cannon Okay, we're gonna be touched Waaaah Waaaah Naaaah Woom Ähm So Gott sei Dank Ähm, ich glaub mit dem Scarabeus komm ich nicht weit Ich werd Zu Waddlepoo Waddlepoo Ja, ich kann den unteren Teil nicht lesen, weil die Uhr im Weg ist Autsch Wie macht mir die kaputt? Du bekommst mich nicht Alter Ficken und so, ne AHAHAHAHA Ich muss hier den Schaden machen Ah So, das ist kaputt Plup Bist du kaputt? Ja, bin ich Nein Komm, komm 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 Scheiße auf den Schaden, komm, boah Wobei es heißt, der Twin Cannon kommt jetzt noch rein Ja, der hat ja immer hin und her gewackelt So, das ist mir nicht aufgefallen, dass das zwei waren Du meinst, keiner ist mir destroyed Ja, freut uns Holy cow, what happened? Oh oh Das ist ein Gesichtsausdruck auf dem Bild Crabi Seeding to the left Oh, ich hab' immer wieder volle Leben Attacca! 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 Oh Gott! Gott! Muss nur Grandes sagen Oh Gott! Oh Schnell auf Das ist immer ein gutes Zeichen Ja Einfach Weg hier Wind Wind Ja Wind Ahem, ja Gut Ich bin auch was zu was nütze Bücher Also Dasżyć Oh mit Oh 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 Okay Oh Yuuuuum hier was war ja Ohr Mr. Frost Leopard Post Dingens easy-jeezy was dann ihr Läck auslegt extrem ab sehr schön danke Spiel okay wir haben so gut wie alles was zerstört jetzt machen wir sich in den rechten Flügel kaputt wäre nur logisch dann Serious damage to the left wing approximately 5% we're gonna lose balance what would I say increase right wing power äh ja rechts noch nee no wir müssen noch rein achso ja macht Sinn au das ist fies kack auf kippe genau hä Alter ich würde gern äh hier ne springen wait er hat ne idee das gefällt mir nicht oh Moment warum kipp doch ich bin doch durch knuckle joe oh gut äh ich bin schon da ich nehm ihn hier knuckle joe hast du den den schlitzer late night ready ready it is okay sir are you possible about this be quiet this is our only chance don't fail again release heavy let's stop oh 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 ich will gar nicht wissen wie das in voller größe aussieht das ist das teil was uns eben angegriffen hat aha aha woa und wehe das ist der falsche weg rauf rauf ich geh rauf ich geh rauf ich geh rauf auch um oh er oben war die richtige Prozent der johannes Benschen und mehr einfach blöd dumm um ich sehe sie was du nicht siehst dass sie nur leben ja ich weiß als scheiße durch als leidens sind immer dann oben zu müssen es mehr ich will darauf dieses leckfest ist nicht gerade sehr toll und einer anderen und jetzt erhoben warte warte ist scheiße ist so etwas aber es muss sein ich komme nicht drauf ich komme auf fliegt du fettes scheißvieh woher aber ich verliebe gleich wieder meinen Stern sch Schreis nur erläutert eine Ausgabe 8 ausreichend er hat ich kann nicht ausweichen gut gemacht die zentrale dran wo habe ich kein ding mehr Major Dimmer to the Red Wing Don't worry we've regained our balance Punkt 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 Kirby is outside he is going under the ship wow 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 nein nein das war böse alter Kirby is ended from underneath the ship the bottom is weak the wind is too strong it's too cold I'm afraid of heights no way I ain't going you chickens aber diese dieses Spiel ist wesentlich speedlastiger als die anderen bisher auch allein wegen des Timers schon hoppala wo bin ich ah rein Türen sind immer gut ähm äh bringt das Teil überhaupt was aha Labyrinth schön äh das ist der erste Knopf da muss ich so rein und da muss ich den zweiten Knopf drücken ja und das ah ja spiel nicht einfach du musst auf den linken da ja jetzt komm nein 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 was hast du getan Windkanal ja im wahrsten Sinne des Wortes Windkanal ja im wahrsten Sinne des Wortes Windkanal ist mir jetzt egal ob ich's verkackele du musst erst auf den oberen Knopf ich merk mal ah dann geh ich hin dann musst du auf den unteren Knopf oder so geht's auch nö leck aber es leckt grad extrem jetzt müssen wir aufpassen ich muss okay da muss man hin dann geht man da runter runter mhm achso ok ok ich geh runter einfach ok oh nein du musst du musst ich kann da nicht durch na warte mach mir so nein das geht nicht anders du musst da runter gehen das ist ich muss da oben auf dem Dings warten so jetzt oberer Knopf das leckt grad übelts ja geht durch jetzt muss ich hier stehen bleiben während du runterläufst weil du kannst dich ja wieder runter porten ich will ja runter steh ich jetzt am Knopf ich weiß es nicht ja jetzt äh jetzt äh